Amoklauf von Neuseeland – Wie die Medien instrumentalisieren bzw. zensieren Am 15. März 2019 sind bei einem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch Neuseeland bislang 50 Menschen getötet und 50 verletzt worden. Nach Augenzeugenberichten schoss ein mit einer Helmkamera und kugelsicherer Weste ausgestatteter Einzeltäter mit einer halbautomatischen Schusswaffe gezielt auf Anwesende in einer Moschee im Ortsteil Rickerton. An seinem Auto wechselte er seine Selbstladewaffe und ging nochmals zum Tatort zurück. Danach fuhr der Täter zu einer Moschee im Stadtteil Linwood und erschoss weitere sieben Personen. Er floh und wurde wenig später von der Polizei gestellt. Laut Polizei handele es sich bei dem Schützen um einen 28-jährigen Australier. Er wurde bereits wenige Tage nach seiner Festnahme von einem Gericht offiziell des Mordes beschuldigt. Seine Bluttat übertrug er live per Kamera auf Facebook. Außerdem postete er Links zum Herunterladen eines 74-seitigen Manifests mit dem Titel The Great Replacement zu Deutsch der große Austausch. Kopien des Manifests sendete der Täter auch an das Büro der Premierministerin sowie an rund 70 weitere Adressen in Neuseeland. Der Terroranschlag erinnert an Anders Breivik, der vor seinem Amoklauf am 22. Juli 2011 auf der Insel Ytöa, Norwegen, ein in Englisch verfasstes 1.500-seitiges Manifest veröffentlichte. Das auf Facebook live gestreamte und sich hernach im Netz rasend schnell verbreitende 17-minütige Video des Amoklaufs in Neuseeland löste in den etablierten sowie sozialen Medien eine heftige Debatte aus. Wie sei das überhaupt möglich? Und warum habe die Netzkontrolle total versagt? Facebook, YouTube, Google und Twitter sperrten später das Filmmaterial nach Aufforderung der neuseeländischen Polizei. Es kursiert jedoch weiterhin im Netz. Bis zum 17. März hat Facebook laut eigenen Angaben 1,5 Millionen Videos der Attacke weltweit gelöscht. Das Video löste eine Diskussion aus, ob es sich beim Amoklauf um eine Täuschung bzw. False Flag handeln könnte. Der Informationskanal SKB News wies auf viele Ungereintheimten hin. Zum Beispiel, dass sich die Patronenhülsen im Originalvideo in Luft aufgelöst hätten oder kein Blut zu sehen sei. Der deutsche Journalist und YouTuber Oliver Jannich und andere freie Medienschaffende, die sich das ganze gestreamte Video angeschaut haben, kamen jedoch zu einem völlig anderen Schluss. Das Video wirke absolut echt. Es sei sehr verstörend, auch seinen Blutlachen zu sehen und Schreie zu hören. So ja nicht. Im Folgenden soll nun auf zwei auffällige Muster näher eingegangen werden. Erstens. Der brutale Terroranschlag von Christchurch wurde schnell instrumentalisiert von jenen, die alles instrumentalisieren. Mit diesen Worten schätzte der tschechischstämmige Videojournalist und Medienwissenschaftler Dusan Wegner das Verhalten von Politik und Medien nach dem Terroranschlag ein. Hier einige Beispiele. Obwohl davon ausgegangen werden muss, dass es sich bei dem Attentäter um einen verrückten, geistig verwirrten und extremistischen Einzelkämpfer handelt, wurde der Terroranschlag schamlos für den vermeintlichen Kampf gegen Rechts ausgeschlachtet. Medien am linken Rand, wie die Deutsche Tageszeitung THZ, gaben sogar der AfD eine Mitschuld an der Eskalation des Terrors. Dusan Wegner sagte dazu trefflich, Wer Stücke aus dem Manifest herausnimmt, um seinen politischen Gegner mit dem Terroristen gleichzusetzen, vollendet dessen Werk. Sogar der deutsche Publizist, Dr. Hugo Müller-Fock, verwies bereits in einem Artikel auf Fokus Online am 4. September 2018 darauf hin, dass der Slogan Kampf gegen Rechts eine verlogene Strategie sei. Damit werde alles verleumdet, was nicht links sei. Dabei könne eigentlich niemand bestreiten, dass rechts und demokratisch keine Gegensätze sein müssen, so Müller-Fock. Obwohl sich der Terrorist in seinem Manifest auch als Öko-Faschist bezeichnete, wurde dies in den großen Medien kaum einmal erwähnt, weil es sich wohl nicht instrumentalisieren lässt. Auch die Politik weiß, wie Medien es nannten, die Gunst der Stunde zu nutzen. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat ein Verkaufsverbot für Sturmgewehre und halbautomatische Waffen angekündigt. Übergangsmaßnahmen sollen ein sofortiges Verbot gewährleisten. Aber kommen Terroristen nicht auf illegalem Weg zu Waffen? Zweitens. Dass der Terrorist wie bei einem Ego-Shooter-Spiel vorging, wurde nicht thematisiert. Darauf wies eine bei KlarTV eingegangene Klage hin. Selbst Fokus Online schrieb, dass der Todesschütze die Bluttat in einem kranken Ego-Shooter-Video festhielt, ging aber nicht weiter darauf ein. Ego-Shooter-Spiele sind eine Kategorie der Computerspiele, bei welcher der Spieler mit Schusswaffen, aber auch Messern, Motorsägen usw. andere Spieler oder computergesteuerte Gegner bekämpft. Ein Zusammenhang zwischen Ego-Shooter-Spielen und realer Gewalt wird oft abgestritten. Fakt ist, dass bei folgenden Gewalttaten die Attentäter Ego-Shooter-Spiele besaßen. Beim Schulmassaker von Liddleton im US-Bundesstaat Colorado am 20. April 1999, beim Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt am 26. April 2002, in Winnenden bei Stuttgart am 11. März 2009 und beim Amoklauf in München am 22. Juli 2016. Laut Polizei habe sich der Münchner Amokläufer, wie auch jüngst in Neuseeland, bei seiner Tat wie in einem Computerspiel bewegt. Der deutsche Medienpsychologe Rudolf H. Weiß wurde in einem Artikel über den Amoklauf in München auf ntv.de wie folgt zitiert. Er verweist auf eine aktuelle US-Studie der State University Ohio, wonach durch ausgeprägten Konsum die Empathiefähigkeit abnehmen und die Gewaltbereitschaft zunehmen könne. Fazit. Wieder einmal schaffen es Medien und Politik, Terroranschläge zu ihren Gunsten schamlos zu instrumentalisieren. Dabei wird außer Acht gelassen, dass es sich um geistig verwirrte extremistische Täter handelt, die weder mit rechts noch links noch mit Religion oder Klimaschutz etwas zu tun haben. Auch werden nachweisbare Zusammenhänge wie mit Ego-Shooter-Spielen schlichtweg ausgeblendet, um nicht zu sagen zensiert. Breiviksterror beendet das Bröckeln der NATO-Koalition. Die Terroranschläge von Oslo liegen nun ziemlich genau ein Jahr zurück. Noch etwas länger zurück liegt bereits die Ankündigung der norwegischen Regierung, sich vom NATO-Bombardement gegen Libyen innerhalb weniger Wochen zurückzuziehen. Dem daraufhin erfolgten erheblichen Druck des Militärbündnisses hatte das kleine Norwegen jedoch nicht nur widerstanden, sondern eine friedliche Initiative gestartet, zu der der komplette Abzug norwegischer Kampfjets bis zum 1. August 2011 gehörte. Sogleich fühlten sich nun auch andere NATO-Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel die Niederlande, ermutigt, ihren Rückzug aus den Kampfhandlungen anzukündigen. Auch Italiens damaliger Ministerpräsident Berlusconi bezeichnete die Teilnahme am NATO-Einsatz als groben Fehler. Als kurze Zeit später der Freimaurermeister Breivik die Terroranschläge von Oslo verübte, verstummte die Meuterei in der NATO sogleich wieder. Zufall oder gelungene Einschüchterung? Norwegen entschuldigt sich für Libyen-Krieg. Im Jahr 2011 warf Norwegen im Rahmen des kriegsverbrecherischen Angriffs der NATO auf Libyen 588 Bomben ab und ermordete dadurch unschuldige Zivilisten. In einem 260-seitigen Bericht erklären nun norwegische Politiker, man sei 2011 schlecht informiert gewesen. Und äußern Bedauern, berichtet die norwegische Zeitung Aftenposten. Leider kommt diese Einsicht zu spät und hat nicht nur viele unschuldige Menschenleben gekostet, sondern ein blühendes, wohlhabendes Land völlig ruiniert. Hoffentlich dient es jedoch als Mahnmal an alle Völker. Macht euch bei Zeiten ein eigenes Bild und fallt nicht auf Kriegshetze herein. Der Massenmörder von Oslo, ein fundamentalistischer Christ? Aus allem Munde lassen die Medien die 77 ermordeten Jugendlichen von Oslo dem christlichen Fundamentalismus an. Doch konnte nachgewiesen werden, dass der Massenmörder Anders Breivik nicht Christ, sondern praktizierender Freimaurer ist. Jeder, der seine Taten anschaut, muss nüchtern erkennen, dass diese dem Luzifer und nicht einem fundamentalistischen Christen entsprechen. Ein fundamentalistischer Christ hält sich an das Fundament des Neuen Testaments, das ihm die Liebe selbst zu den ärgsten Feinden gebietet. Er wird niemals töten. Geradezu Gegenteiliges vermittelt das Glaubensgut der Freimaurer. Der Hochgrad-Freimaurer Albert Pieke schrieb als eine Art Bibel der Freimaurer das Buch Morals and Dogma. Der wohl fundamentalste Vers darin lautet, ich zitiere, Folgendes müssen wir der Menge sagen. Wir verehren Gott, aber unser Gott wird ohne Aberglauben angebetet. Aber euch sagen wir, was ihr den Brüdern der 32., 31. und 30. Grade wiederholen sollt. Die Maurer-Religion sollte von uns allen, die wir Angeweihte der höchsten Grade sind, in der Reinheit der luziferischen Doktrin erhalten werden. Ja, Luzifer ist Gott. Zitat Ende. Schönen som.